Ich musste zum Direktor. Gestern nach der Schule sollte ich für 10 Minuten zum Schulleiter, denn ich habe ihnen eine PowerPoint gezeigt, wieso ich in der Schule Videos drehen dürfen sollte. Das ist ganz einfach, weil ich ansonsten einen Dis-Track mache. Mein Schulleiter meinte, es wäre eine coole Idee, zusammen mit der Schule und Lehrern eine riesige Challenge zu drehen. Damit das Schulministerium das jetzt genehmigt, müssen wir davon überzeugen, dass genug Leute Bock darauf haben, deshalb speichert und teilt das Video, damit es viral geht.